Hi, ich bin die Jenny und ich führe Regie beim Funateva in Musical. Und ich dachte, ich stelle euch heute mal die Band vor. Lasst uns sie suchen gehen. Da haben wir schon zwei gefunden. Magst du mal vorstellen, wer du bist, was du machst bei uns? Ich bin der Minos, ich bin der Schlagzeuger der Band. Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin für Minos zu bestätigen. Ja, toll. Und wir haben gleich da noch jemanden, gleich da gegenüber. Hallo. Und wer bist du und was machst du bei Fatima? Ich bin Chor. Du bist Chor? Ich unterstütze sozusagen so ein kleines bisschen aus dem Hintergrund. Wundervoll, lass doch mal weiter suchen. Da haben wir auch noch jemanden gefunden. Geht schon los? Da haben wir noch jemanden aus der Band. Quirin. Magst du uns kurz sagen, wer du bist und was du machst bei Fatima? Hi, ich bin der Quirin. Ich bin der Pianist. In der diesjährigen Musical-Produktion. Und vielen lieben Dank dafür. Ja, bitte, bitte. Lass los geht's. Da ist noch jemand. Und noch aus der Band haben wir auch nicht jemanden gefunden. Magst du kurz sagen, wer du bist? Ja, ich bin Tim und ich spiele den Bass. Perfekt. Das ist auch super wichtig für den Groove. Mit den tiefen Frequenzen. Und dann habe ich doch noch ein Gesicht gesehen. Jetzt kommen wir zu dir zurück. Hi. Hi. Und wer bist du und was machst du bei uns? Ich bin Irina. Hi. Und ich singe zusammen mit der Band. Im Chor. Du bist auch im Chor. Noch jemand für die Harmonien. Und dann fehlt uns nur noch ein Mitglied. Das finden wir noch. Noch lebt die Momente. Fühle den Tag. Sie vergehen so schnell. Amen.